Die interaktive Mediathek des IQSH wird für Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein angeboten. Lehrkräfte anderer Bundesländer haben andere Mediatheken und hier keinen Zugang. Vor der ersten Nutzung müssen Sie sich einmalig selbst freischalten. Dies erfolgt über das Account-Management-System des IQSH, welches Sie über die Adresse secure-lernnetz.de slash accm aufrufen können. Um sich beim Account-Management-System anzumelden, verwenden Sie dieselben Anmeldedaten, also E-Mail-Adresse und Kennwort, welche Sie auch für Ihren Formix-Account nutzen. Als Lehrkraft in einer allgemeinbildenden Schule wählen Sie Mandant IQSH. Sind Sie an einer berufsbildenden Schule tätig, so wählen Sie Mandant SHIP. Wenn Sie nun angemeldet sind, werden Ihnen zunächst Ihre persönlichen Daten angezeigt. Klicken Sie im oberen Reiter auf Berechtigungen. Auf der Kachel Mediathek klicken Sie einfach auf das Plus-Symbol und dann auf Registrieren. Ab sofort ist Ihr Zugang für die IQSH Mediathek freigeschaltet. Wenn Sie nun die Mediathek aufrufen möchten, gehen Sie einfach auf die Startseite sh.edupool.de. Rechts oben wählen Sie Login und klicken auf die Option mit E-Mail. Ihre Anmeldung erfolgt mit denselben Daten wie in Formix und im Account-Management-System. Jetzt können Sie die Mediathek im vollen Umfang nutzen. Jetzt können Sie die Mediathek aufrufen.